Was ist die Lektur von Wörternetzen im Kopf? Oder? Wörter, die man zusammen lernen sollte. Den wichtigsten Tipp gleich zu Beginn. Lerne nie ein Wort allein. In der zweiten Mini-Vorlesung haben wir schon gesehen, Wörter sind nie allein. Sie tauchen in Sätzen und Texten auf, sie stehen in Verbindung mit Bildern und pflegen Umgang mit anderen Wörtern. Sie sind sozusagen soziale Wesen. Für den Lernprozess ist es eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir herausfinden, wie sie genau zusammengespeichert sind im Kopf, wenn wir also den Bauplan des mentalen Lexikons entschlüsseln, wenn wir ihn kennen, dann können wir uns beim Lernen auch danach richten. Machen Sie ein kleines Experiment mit mir. Ich nenne Ihnen ein paar Wörter und Sie sagen sofort und ohne lange nachzudenken, welches Wort Ihnen dazu einfällt. Salz und Heiß und Tee oder einem Brief Auf Salz haben Sie wahrscheinlich mit Pfeffer reagiert. Vielleicht auch mit Zucker. Vielleicht, weil Sie beides beim Backen schon mal verwechselt haben. Es hat fürchterlich geschmeckt. So etwas merkt sich unser episodisches Gedächtnis. Der Teil des Gedächtnisses, also der für merkwürdiges und für ungewöhnliche Ereignisse zuständig ist. Ein ziemlich effektiver Teil unseres Gedächtnisses. Salz und Pfeffer stehen oft zusammen auf dem Tisch. Sie werden zusammen gebraucht. Die beiden Wörter haben eine starke Verbindung. Sprachwissenschaftler nennen das eine Kollokation. Mein Tipp, überlegen Sie immer, wenn Sie Lernende beim Lernen von Wörtern unterstützen, ob ein Wort, das Sie gerade sehen, einen solch starken Partner hat. Und Lernen Sie dann einfach diese Partnerwörter zusammen. Auf heiß haben die meisten von Ihnen sicher mit kalt reagiert. Mit einem Gegensatz also. Sie werden nicht oder nur selten gesagt haben, heiß oder warm. Eigenschaften sind im mentalen Lexikon sehr oft in solchen Gegensätzen gespeichert. Lernen Sie also die Eigenschaften dort, wo möglich, immer in solchen Gegensatzpaaren. Die Entscheidungsfrage, Tee oder Kaffee, haben Sie schon oft gehört. Sie haben ein Lautbild dieser Frage im Kopf. Sie haben den ganzen Satz und nicht nur seine Einzelteile gespeichert. Die beiden Wörter sollten also auch gemeinsam, genau in dieser Form, gelernt werden. Das heißt auch, Sie stellen die Frage und Sie beantworten sie vielleicht in einem kleinen Dialog. Am besten bei einem Kaffee oder bei einem Tee. Dann kommen gleich noch die Wörter Zucker und Milch hinzu. Einem Brief haben die meisten von Ihnen sicher mit Schreiben verbunden. Briefe kann man bekommen. Man kann sie einwerfen, zukleben, lesen oder sogar zerreißen. Zuerst muss man sie allerdings schreiben. Die Tätigkeit des Schreibens ist mit dem Brief also viel stärker verbunden als jede andere Tätigkeit. Das ist bei vielen Wörtern ähnlich. Musik hören, Fußball spielen, Skifahren, die Zeitung lesen, eine Cola trinken. All das gehört zusammen und sollte natürlich auch zusammen gelernt und in sinnvollen Zusammenhängen benutzt und damit geübt werden. Machen Sie den Lernern diese Zusammenhänge auch bewusst. Die werden dann diese Lernstrategie der Verbindung von Wörtern auch ganz automatisch selbst benutzen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020